so moin leute und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal zu einem brandneuen let's play ich fange heute das game mushroom heroes an und dann würde ich einfach mal sagen let's go a long time ago there was a mushroom country living in bla 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 it was borduria okay borduria was ruled by the king borduria für 1000 jahre gut ihr könnt ja dann so lange pause drücken wenn ihr euch das interessiert was da steht leider auf englisch aber naja gucken wir mal so ich bin der hier bomby can pull or push some objects also er kann ziehen ziehen muss ich da irgendwas gedrückt halten wie zieht er denn hoch ach so naja okay okay der kann springen oder wie und was kann der machen der kann auch springen steht aber warte mal da kommt ja noch was da kommt ja noch was guck mal hier press l1 r1 hat to change the character ja oder dreieck geht natürlich auch jump oder action nice gut und da muss ich wahrscheinlich nicht mit allen dreien aber der kann doch doch der kann auch springen jumpy can jump higher der rote und dann kann ich da auch machen und dann ach so und dann ist completed alles klar gut erstes level haben wir schon mal level complete und die erste trophy ist da ganz schön laut alter so drei mushrooms also drei pilze habe ich bekommen okay gut dann machen wir mal die dritte gott gott was war das denn oh gott schon wieder tot so der kann schießen ich war noch mal schießen wie soll ich das denn machen vielleicht kann der rote dadurch rennen das probiere ich jetzt mal aus ach nee moment der blaue der hat ein schild aber wie geht das schild habe ich jetzt den blauen junge bin ich total verwirrt ach so geht es ach so man kann es aus und anstellen gut das heißt jetzt muss ich wechseln ist der jumpy hier jumpy rumpy nee oh 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 und schmiert tot so schild ich darf nicht zu weit rennen so und dann darauf denke ich mal so ja und dann ach so jetzt hat er aufgehört zu schießen das heißt aber der kommt ja da nicht hoch wer kann denn nochmal schießen der grüne kann schießen das heißt ich muss jetzt den grünen nehmen jetzt habe ich den roten so den darauf so und der kann schießen boof 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 ja genau so so ähm climby can stick was okay climby can irgendwas ja climby do es müssen noch alle drei dahin kommen oder jump can stick ach so ah ja okay jetzt haben wir es wuhu super und die nächste Trophy ist da ich weiß gar nicht ob da Doppelplatti möglich ist äh ich glaube ich habe sogar beide Versionen gekauft Junge da bist du ja komplett verwirrt hier mit dem mit dem Typen press while in the air ach so ja und jetzt nehme ich nochmal den grünen oder was und der kann noch schießen ah ja so jetzt muss ich den nehmen weil der kann hier äh der kann hier so langsam runter gleiten ah ja jetzt habe ich es gut und level complete alles klar wuhu perfekt so ich weiß zwar nicht was das heißt mit diesen 65 heißt das Sekunden oder was naja machen wir mal weiter ich weiß jetzt nicht ob das so wichtig war so dann den oder was nee dann erst den roten ich glaube wenn man das in einer gewissen Zeit schafft dann ist man voll der krasse Checker äh wie soll ich denn da hochkommen nee das ist falsch rum den erst so dann den und der kommt dann auch da hoch ne so dann machen wir nochmal den hier ganz langsam ich weiß nicht was da ist okay da ist nix gut bevor ich die Tür aufmache gehe ich natürlich noch mit den anderen drei runter weil da gibt es noch ein paar Münzen tju so und jetzt uff level complete 60 da oben steht es 60 also müsst du noch drin gewesen sein oder ja und schon wieder ein eine Trophy der kann auch nicht wirklich hoch springen ne der kann nicht äh nee ich brauche ja den der schießt der kann schießen aber der kann nicht so hoch springen das heißt ich muss hier wieder eine Brücke bauen eine Räuberleiter uff so machen wir den gleich noch hier so dann machen wir den mal weil der kann richtig weit springen und hat hier auch so ein und der kann glaube ich auch klettern we need what maybe you can down the wall ja äh äh what yuppie wer ist denn yuppie der hier oder wat ist das yuppie yuppie bist du das du kannst hier nur ein Schild machen achso ich brauche den der schießen kann der kuh 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 und uff ha geil so und jetzt kann ich mit dem glaube ich da hoch klettern irgendwie zack äh ne das sind keine Sekunden irgendwie habe ich gerade Punkte bekommen oder so also wie genau das zusammenhängt keine Ahnung so äh da kann wieder nur einer rauf die Frage ist nur welcher musst du rauf also mit dem kann ich da rüber guck mir das erstmal an hier okay da ist so ein Ding dann muss ich den Schalter hui oh okay der kann den aber nicht schieben ne aber der kann da hoch so so jetzt habe ich den ersten aufgemacht und jetzt muss ich mit dem achso das Ding da schieben und dann kann ich wahrscheinlich da hoch springen oder auch nicht gut dann machen wir mit dem hier erstmal weiter aber der kommt doch ah okay und da oben gibt es voll die voll die krassen Teile alter aber da muss ich mit dem anderen da hoch mal gucken kommt der da hoch ne der kommt da nicht hoch das heißt ich muss irgendwie mit dem versuchen ja das funktioniert natürlich nicht das heißt ich muss jetzt nochmal wechseln und da runter und dann hier hoch und dann den blauen und mit dem blauen da hoch genau so ja und jetzt kann ich mit dem der kann ja ein bisschen höher springen der Kollege oder hey guck mal guck mal was ist denn hier los ach dann muss ich wieder wechseln alter gut dann machen wir das nochmal kommt denn der da runter so äh genau und dann da hoch und dann auf den anderen ja jetzt wird es schon ein bisschen kniffliger ne gibt es hier irgendwas spezielles ne sein können dass da irgendwas versteckt ist aber jetzt komme ich ja auch nicht da hoch mit dem hä achso der kann ja so hoch springen stimmt jetzt haben wir es so also jetzt brauche ich die Brücke für den und dann der da hoch und dann kriege ich hier so ein geiles Herz und alles geil genau so so und dann geht es hier natürlich weiter zack und dann sind wir schon fertig ja krass alter level complete 90 habe ich nicht geschafft irgendwas habe ich vergessen naja egal also nochmal zack so jetzt habe ich beide eingesammelt guck gleich mal weit okay da brauche ich den mit dem Schild interessantes Spiel Leute so dann stelle ich mich da hin den anderen den brauche ich ja auch mal hier jippie oh guck mal da oben da ist ein Schatz und den Schatz den will ich mir auf jeden Fall noch holen so dann gucken wir mal hier weiter so und da brauche ich dann oh alles gut dann kann ich da runterjumpen noch mal was so und da brauche ich den den Typen hier weil das der ultimative Flieger der ultimative Flieger so so oh 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 perfekt so 95 habe ich geholt ich weiß gar nicht von was das abhängig ist reicht wieder nicht das gibt es doch nicht alter was muss ich denn da machen wer hat das was damit zu tun dass ich nicht so oft Lul er macht den Abhänger Alter so da ist eine Kiste ich glaube ich muss das Ding erstmal hier aktivieren ah ja alles klar so dann join ich schon mal da rüber und dann brauche ich die anderen beiden die dann hoffentlich hier alle ganz entspannt mal da rüber kommen so der kann die irgendwie ziehen ah ich weiß nicht wie so und die jetzt da runterschmeißen oder was oder guck mal da sind Fledermäuse Alter ah jetzt wird es verrückt jetzt wirst du richtig verrückt die 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 huch kann ich da einfach runter ich guck mal ja das funktioniert oh bats so solange die mich nicht angreifen müssen wir das wane a wane a train so die sind weg gut dann brauche ich den blauen weil der kann das Ding schieben oder ziehen je nachdem so die müssen erstmal hier ein bisschen Platz machen Alter sonst komme ich da nicht hin zieh das Ding weg da so dann nochmal den der der schießt wegen den Münzen so und dann den Schieber so und dann denke ich mal müssen wir hier wieder eine Brücke bauen oder so gut den Rest mache ich mit dem Typen ich habe immer noch 10 Alter 10 ist ja nicht viel 75 gut es kann natürlich sein dass ich die Trophäen bekomme dafür nö oder alle 3 müssen am Ziel sein naja so oh jetzt wird es interessant hier oh alter 2 Herzen weg was geht ab na das ist ja nice ach die haben alle verschiedene Herzen oder was das ist ja interessant so jetzt noch den hier die haben alle alle Leben hä was soll das denn soll ich den da reinschieben kein Plan ey probieren wir es mal den da rein ja ist drin und den dann irgendwie da rauf so jetzt den Schalter drücken dann gucke ich mal hä soll das so sein ich habe keine Ahnung gut dann mache ich mal jetzt mit dem hier weiter weil der kann ballern so und dann den hier ich wüsste gerne mal von was diese Punktzahl abhängig ist vom Tauschen oder was ach so Moment wieso holt denn der das nicht na das ist ja kacke jetzt so das ist wohl die einzige Möglichkeit dreimal ok 110 Punkte habe ich geholt interessant reicht wieder nicht hä was hätte ich denn da noch anders machen müssen keine Ahnung so Leute dann würde ich sagen ich beende das Video für heute vielen Dank fürs Zuschauen schau doch gerne mal im nächsten Mal wo es dann genau hier weiter geht wo ich dann die erste Welt weiterspiele falls euch das Video gefallen hat dann lasst mir gerne ein Abo Like und Kommentar das ist komplett kostenlos für euch und hilft mir sehr und ansonsten würde ich sagen bis zum nächsten Mal haut rein tschau villagers wo es dann helст das ist weil wir wir es hier